Zikaden geben die richtige Vibrationsfrequenz zur Erfüllungsklimax an. Traum, die Rotationsringkerngeneratoren produzieren in großer stochastischer Wahrscheinlichkeit und selektieren danach wieder aus. Sie sieben jedoch bereits während der Aktionen aus dieser Erprobungs- und Austestungsexerzitien und noch mehr in den drei Stufen der Vorauswahlselektion, sodass das Ganze ein ziemlich tridimensionales Kunstwerk darstellt. Ein Machwerk zumindest. Aber das ist schon alles, was passiert, denn die Rotationsringkern, Schwarzlochgeneratoren übertragen, die ganze Weltanschauung dieses Vorgangs von Einverleibung, Umverwandlung, Wiedervernichtung und Neuzusammensetzung auf alle Wahrnehmungsmodi und somit auf alle Weltvorstellungen.